Sie sollen Myanmar's archäologische Schätze vor Plünderern schützen. Diese Polizisten streifen durch Bagan's Tempellandschaft, die noch im vergangenen Jahr eine halbe Million Besucher empfing. Wegen der Corona-Krise dürfen Touristen das UNESCO-Weltkulturerbe seit März nicht mehr besuchen. Die Einsamkeit lockt Diebe heran. Etwa zwölf Pagoden wurden im Juni geplündert. Tatsächlich befinden sich hier mehr als 3000 Tempel mit einzigartigen Relikten, aus dem 11. bis 13. Jahrhundert, einer Zeit, in der Bagan die Hauptstadt eines großen Königreichs war. Die Plünderer hätten das nicht tun sollen. Bagans Tempel werden es nicht tolerieren. Es gibt einen Fluch in den Tempeln, der den Einbrechern Unglück bringen wird. Zwar sind viele Menschen rund um Bagan wegen ausbleibender Touristen in der Corona-Krise in wirtschaftliche Not geraten, doch die Polizei bezweifelt, dass Einheimische selbst ihr Erbe verraten haben könnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017